Jetzt haben wir ja diesen Lockdown, weil ich bin zwar geimpft, ich teste mich regelmäßig. Trotzdem habe ich mir letzte Woche gesagt, jawohl Hans, bei diesem Lockdown, da machst du mit, damit die Belastungen für das Gesundheitspersonal nachlassen, kein Problem. Jetzt habe ich auch zehn Auftritte abgesagt, denke ich mir, okay, das ist so. Ich weiß, ich kriege den finanziell schon nie adäquat ersetzt. Aber wie hat schon ein berühmter Philosoph, der Michel Platini, mir gesagt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag lieber, was du für dein Land tun kannst. Gut, finanziell ist es kein Gaudi. Jetzt muss ich halt hoffen, dass die Leute meinen Online-Shop auskaufen und ich mache jetzt eine Werbung für Clark. Mir ist nämlich vor ein paar Monaten ein Wünschelroutengänger auf meinen Grund über den Weg gelaufen und ich habe ihn eh halbwegsig freundlich mit meinem 15er Steier aus dem Dorf getrieben. Trotzdem habe ich ein paar Wochen später von seinem Anwalt einen Brief gekriegt und da muss ich sagen, war ich schon sehr froh, dass ich Clark vorher schon gekannt habe. Das ist nämlich mein digitaler Versicherungsmanager und der Bedarfscheck in der App hat ergeben, dass ich keine Rechtsschutzversicherung habe und die haben das dann Gott sei Dank für mich erledigt. Nebenbei ist das mit der Zettelwirtschaft jetzt auch vorbei und für euch ist das natürlich kostenlos und wenn man Fragen hat, kann man dort anrufen, E-Mail schreiben oder chatten. Ladet euch die App an und regelt eure Versicherungen digital. Einfach Polizen hochladen, Geld sparen und optimieren. Und nebenbei könnt ihr auch jetzt was Gutes tun. Das ist jetzt ein ernstes Thema. Jede fünfte Frau in Österreich ist sexuell an körperlicher Gewalt ausgesetzt und das kann einfach nicht sein. Und gut so lange gibt es Einrichtungen, die diesen Frauen hilft. Und ich möchte diesen Einrichtungen helfen. Mit dem Code HONS, den ihr da bei der App eingebt, spende ich 12 Euro pro User für das Frauenhaus Graz. Der Link und der Code ist in der Videobeschreibung und in den Kommentaren unten. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Okay, jetzt sitze ich letzten Mittwoch auf der Couch vor dem Fernseher. Wo sonst, süß, kannst du nicht gehen sitzen. Dann tust du da ein bisschen rumzappen, was die zwei Minuten tun, zwei Minuten tun. So, ich habe aber der gleiche Blödsinn. Auf einmal komme ich zum ORF. Licht ins Dunkel. Denk mir, wo sehe ich denn da? Zuerst habe ich mir gedacht, na, na, das ist nicht live. Das ist sicher Aufzeichnung. So deppert kann ja keiner sein, dass die da live umhüpfen, während das Volk daheim in Lockdown sitzt. Nein, das gibt es nicht. Aber der Sänger hat sich dann bestätigt. Du hast nicht gehört, live, live ist live, hat er gesagt. Live, das ist ja live, das ist wirklich live. Ja, sind die alle in den Türstock eingelaufen, oder was? Weißt du, und dann auch wirklich alle. Bundespräsident, Kanzler, Vizekanzler, Minister, Alonis, Hauptmann, alle. Vor allem, dieses Bild ist für mich auf so vielen Ebenen verstörend. Zuerst einmal, Licht ins Dunkel. Was macht Licht ins Dunkel? Richtig, die sammeln Spenden. Spenden für Menschen, auf die der Staat vergessen hat. Da wird für ein kleines Kind Spenden gesammelt, damit sie einen besundenen Rollstuhl kriegen kann, weil die Krankenkasse gesagt hat, schleicht die Bueli, du kriegst von uns nichts. Da wird gespendet für eine Familie, wo gerade der Papa gestorben ist, und die Mama ist jetzt da mit den kleinen Kindern, mit ihrem frischen, neigebauten Haus, weil sie nicht mehr vor und hinter war. Auf Deutsch gesagt, Licht ins Dunkel, versucht das Versagen unseres Staates wegzubügeln. Und da setzen sich jetzt die Politiker, die übrigens mit den Wochen geholt locker dem Bueli selber einen Rollstuhl zahlen könnten, umme, vor das Telefon und nehmen Spenden entgegen, obwohl sie mit dem Fingerschnäuzer diese ganzen Probleme locker selber lösen könnten. Aber egal, jetzt sitzen sie alle lustig beieinander, und dann kommt ein Band, und dann haben die Todl nichts anderes zu tun, als aufzuhupfen, mitzuwackeln, mit den Händen zu klatschen, als ob sie beim Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr hinter Scheißleuten waren. Danach ist noch schön eine Decke aufgebaut, dann steht man zusammen und schlürft zackt, wo war da der Baby-Elefant? Hab's den noch geschlachtet und draus Höchwürsteln gemacht, oder was? Während ihr rumgewogkelt seid, hab ich einen lauten Gläscher gehört. Zuerst hab ich mir gedacht, uh, ist das jetzt an einem Erdbeben? Dabei war das nur draußen in Wien irgendwo der Herbert Kickl, der in seiner Wohnung von der Couch geflogen ist vor lauter Lachen. Für den ist das natürlich, was ich da aufjetzt, ein aufgeleckter Elfmeter ohne Darmann. Und ihr wundert euch wirklich, warum euch keiner mehr ernst nimmt? Wie läuft sowas ab, frag ich mich. Sitzt da der neue AF-Generaldirektor mit den 633 Pressesprechern unserer Regierung beieinander und sagt, Leute, wir sollten eine Riesenparty feiern, mit Musik, mit Alkohol, wo die Spitze unseres Landes den Untergang feiert und das Beste, das übertragen wir noch live. Und dann haben alle 635 Pressesprecher mit ihren iPads auf dem Elfenbeintisch im Auge des Bösen auf dem Königberg oben geklatscht und applaudiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich war. Vielleicht habt ihr eine Ahnung. Aber mir ist es jedenfalls nicht mehr wurscht. Für denk. Ich hab übrigens wirklich einen super Online-Shop. Geht's ein ja mal auf meine Homepage www.betutschnik-hans.at Da sind wirklich die schönsten Sachen fürs Christkindl. Läubilen, Mantilen, schöne Weihnachtspakete, ein schönes Jausenbrettele. Alles tiptop nur für euch. Da hat mich gefreut, wenn ihr einkauft. Für denk.